Hallo und schönen guten Abend, liebe Facebook-Freunde. Ich bin hier in Schiffweiler in der Mühlbach-Halle und hier fährt gerade der Coca-Cola-Trag rein. Ich gehe direkt vorne dran. Der Weihnachtstag von Coca-Cola. Man sieht, dass im Moment zwar nicht viel von ihm kommen, aber man hat sich gehört, die Bremsen sind jetzt zu und der Truck steht. Macht jetzt einfach mal das Licht jetzt aus. Warum das? Wie man den vielleicht bewundern kann, damit die Batterien vielleicht nicht leer bleiben. Wir marschieren einfach mal da dran vorbei. Viel erkennen könnt ihr im Moment nicht, weil es ist dunkel und ich versuche, ich habe jetzt keine Beleuchtung an. Ich hätte dann schon gerne Licht, aber hier kann man es ungefähr sehen. Ich habe zwar jetzt die Lampe an, damit man wenigstens etwas von dem Teil erkennt. Ich habe zwar jetzt die Lampe an, damit man ein bisschen was von dem Teil erkennt. und ich versuche den jetzt einfach mal erstmal so im dunklen einzufangen weil viel Platz ist ja nicht meine lieben Freunde ich versuche euch jetzt den Track mal irgendwie einzufangen weil es ist ziemlich voll hier und wie man wie man sieht ist das Fernsehen auch da SR in Schildpfeuer an dem Überhalle da steht das Ding mit der Weihnachtsverleuchtung aber das sind Kinder, das sind Kinder, da machst du deine Brüder aber sonst mache ich immer super du bist mein Bruder echt? geil geil also wie ich das glaube ich eben erfahren habe ist der 8DL auch da 8DL müsste glaube ich auch hier sein oder? hat ja gesagt wird ja also wie ich das gerade mitbekommen habe ist der 8DL auch vertreten und dann werden wir glaube ich auch bei 8DL im Fernsehen dann mal berühmt für dieses Dorfschiff weiter ja und jetzt film ich hier einfach mal rum damit ihr mal seht wie viele Leute ungefähr hier sind in der Halle sind nochmal so viele da oben bis jetzt auf der Treppe da hinten da hinten in der Überhalle ist auch noch was los da werden wir gleich mal reingehen und wie ihr sehen könnt ist der Weihnachtsmarkt da auch wünsche ich euch auch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video da 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 da